lino 2d fix ist die perfekte lösung wenn sie schnell zu brauchbaren 2d zeichnungen von konstruktionsvarianten kommen wollen egal ob diese varianten sowie hier von hand erzeugt werden oder mit einem konfigurator wie etwa takt und design automation das problem kennen sie nach maßänderungen am 3d modell bricht in der zeichnung das chaos aus maße verrutschen auf konturlinien oder überlagern sich oberflächen angaben und toleranzen sind nicht mehr da wo sie einen sinn ergeben die lösung ist nur einen klick entfernt mit lino 2d fix sitzt wieder alles da wo es hingehört und sie werden kaum glauben mit welch geringem aufwand diese funktion für eine konkrete bezeichnung einzurichten ist glauben sie nicht dann probieren sie es doch selber aus holen sie sich ihre testversion bei lino noch heute